Ich weiß nicht, ob du schon mal ein Bewerbungsgespräch hattest oder dich auf eine Bewerbung vorbereiten musstest, aber oft kommt ja dann diese Frage nach, was sind ihre Stärken und ihre Schwächen. Hat das schon mal jemand erlebt? Aha, ein paar vor Ort haben es erlebt. Vielleicht hast du es in unseren Locations oder aber auch zu Hause, wenn du bist, oder in den Microchats erlebt, dann kannst du es gerne auch mal im Chat sichtbar machen. Vielleicht schreibst du einfach mal ein paar Stärken rein, die du hast. Wir wollen ja positiv bleiben. Und ich habe mich vor kurzem auch auf eine Weiterbildung beworben und da musste ich diese Fragen auch beantworten. Und über mich musst du wissen, ich habe eine Stärke, die heißt Selbstbewusstsein. Ist kein Witz, gibt es wirklich diese Stärke. Und das heißt, ich finde mich eigentlich richtig gut. So, gell? Das soll auch nicht arrogant sein, aber das ist eigentlich einfach so. Und dann habe ich eine andere Stärke, die heißt Positivität. Das heißt, ich finde immer eher Lösungen statt Probleme und finde auch eigentlich alles immer, ich mache es mir immer so, dass es halt cool ist, weil ich bin halt positiv. So, meine Einstellung grundsätzlich. Also hatte ich wirklich ein Problem, weil ich musste ja denen sagen, was habe ich für Schwächen. Und wirklich, ich saß da, ich habe einen Roman geschrieben mit meinen Stärken und so und so und dachte mir, es fällt mir ganz leicht, meine Stärken zu formulieren. Ist ja meistens auch umgekehrt, gerade bei Frauen, aber mir ist das halt so. Und dann habe ich mir gedacht, ah, ich habe ja einen Mann. Ist ja schon mal gut. Also habe ich meinen Mann gefragt, ey Schatz, sag mal, was, wenn du jetzt so darüber nachdenkst, dass ich für Schwächen habe, was denkst du, habe ich so für Schwächen? Ich sage mal so, er hat nicht lange gebraucht, mir eine Antwort zu sagen. Und dann habe ich mir aber gedacht, also, ich weiß nicht, das ist jetzt eigentlich auch gar keine Schwäche, ehrlich gesagt. Also habe ich nochmal den Test gemacht und habe einen Freund, schrägstrich Arbeitskollegen, den Alex Klich, gefragt, weil der ist nämlich super im Feedback geben und auch im Menschen beobachten und das ist Wahnsinn. Also ich habe den gesehen, kommenden Tag auf der Arbeit gesagt, Alex, ich habe eine Frage. Sag mir mal, wenn du so an mich denkst, was fällt dir auf, was habe ich für Schwächen? Und dann war es wirklich demütigend, weil er hat ungefähr genau das Gleiche gesagt wie mein Mann. Und dann habe ich gewusst, okay gut, also scheinbar habe ich da, ich sage mal, Wachstumspotenzial. Und heute habe ich eine ähnliche Umfrage gemacht, heute bin ich rein in die Church und habe ein paar meiner Freunde gefragt, unter anderem meinen kleinen Bruder, ey, wenn du so ein, zwei Worten mich beschreiben würdest, was würde dir denn einfallen? Der Lukas hat gesagt, ja, du bist, jetzt habe ich es vergessen, Lukas, was du gesagt hast, aber ich glaube, energievoll hast du gesagt, energievoll hast du gesagt. Dann andere haben gesagt, ja, du bist voll Jesus zentriert und du hilfst einem immer so auf Jesus zu schauen. Dann wieder jemand hat gesagt, dass ich das Leben genieße. Und das stimmt, das sind alles Sachen, die ich mache. Und kein einziger hat gesagt, dass ich psychisch krank bin, weil ich bin nicht psychisch krank. Als ich aber 20 Jahre alt war, also vor inzwischen 23 Jahren, hat mir ein Psychiater eine Diagnose gegeben und die Diagnose hieß, dass ich mein Leben lang manisch depressiv sein werde. Ich werde mein Leben lang Medikamente nehmen und ich werde mich daran gewöhnen müssen, mit dieser Krankheit, mit dieser psychischen Krankheit umzugehen. Weil meine Mama hatte diese Krankheit auch. Und ich war mit Anfang 20, kurz nach dem Abi, hatte ich eine Psychose, eine manisch-depressive Psychose. Das heißt, ich habe lange Tage hintereinander, Wochen hintereinander nicht geschlafen. Und wenn du nicht schläfst, Wochen hintereinander, gar nicht, dann wirst du nicht müde, sondern du läufst plötzlich wie ein Duracell-Häschen. Und du kannst nicht mehr aufhören. Und dann fängt es an, dass deine Sinne sich verändern. Du hörst plötzlich Dinge, du siehst plötzlich Dinge, die sind, jetzt sage ich mal so, gar nicht da, aber du nimmst sie trotzdem wahr. Und aufgrund dessen, weil ich das entwickelt habe, musste ich in die Psychiatrie. Das heißt, mit Anfang 20 habe ich, glaube ich, zwei Monate in der Psychiatrie verbracht und wurde auf Medikamente eingestellt, starke Psychopharmaka. Die musste ich nach der Psychiatrie weiterhin nehmen und nach der Psychiatrie hatte ich eine ganz, ganz monatelang anhaltende, ganz, ganz schwere Depression. Und Depression fühlt sich so an, wie wenn deine Seele in einem Hochsicherheitstrakt eingesperrt ist. Niemand kommt an dich ran. Du kommst nicht raus. Du bist komplett ausgeschalten, antriebslos. Es gibt keinen Grund, warum du das Bett verlassen solltest. Und ich hatte zudem Angstzustände, weil ich Angst hatte vor dem, was in meiner Zukunft kommt. Und weil ich Angst hatte vor Menschen. Menschen haben mich unfassbar überfordert. Und weil einfach diese Isolation, diese Depression, diese Angst, diese Schwere meinen kompletten Alltag bestimmt hat. Es wurde dann besser, weil ich war ja auf Medikamente eingestellt. Das heißt, Schritt für Schritt wurde es besser. Aber ich glaube, ich habe da wahrscheinlich ein halbes Jahr meines Lebens mit verloren. Und noch darüber hinaus. Weil ich habe viele Jahre meines Lebens, bis ich 23 war, habe ich dann diese Medikamente genommen. Also drei Jahre meines Lebens habe ich diese Medikamente genommen. Und jetzt bin ich nicht mehr psychisch krank. Und die Frage ist sehr geil, wie kommt es? Das ist eine Frage, die wir uns wahrscheinlich zurechtstellen. Ich habe es mich nicht gefragt, weil ich weiß ja, wie die Geschichte geht. Aber du hast es dich vielleicht gefragt. Und ich will an dieser Stelle eine kleine Sicherheitswarnung aussprechen. Wenn du heute da bist oder eingeschalten hast und psychisch krank bist und diese Message hörst, will ich dir eins sagen. Erstens, geh weiter zu deinem Arzt. Lass dich psychiatrisch behandeln. Zweitens, setz auf gar keinen Fall deine Medikamente jetzt ab. Und drittens, hör trotzdem hin. Was hat Gott dir heute persönlich zu sagen? Und wenn du hier bist und nicht von diesem Thema persönlich betroffen bist, aber vielleicht jemanden kennst, dann will ich dir das auch sagen. Sei heute einfach wachsam und hör hin, was hat Gott dir zu sagen. Vielleicht nicht für dich persönlich, aber für die Person, die du kennst. Und ich bete jetzt, dass Gott zu uns spricht und dann steigen wir richtig ein. Weil ich werde dir nicht nur meine Lebensgeschichte erzählen. Die werde ich dir eigentlich nicht erzählen, weil das ist nicht so wichtig. Aber ich werde dir erzählen, was sagt die Bibel dazu, was geistliche Ursachen sein könnten. Nicht einzig und allein sind, aber könnten für Phänomene wie psychische Krankheiten. Und dafür bete ich jetzt, Vater. Ich bete jetzt, dass unsere Herzen auf sind für das, was du uns ganz persönlich heute sagen möchtest. Heiliger Geist, ich bete, dass du als Geist der Offenbarung heute Dinge ans Licht holst, die uns jetzt verborgen sind. Und zwar ganz egal, ob wir von diesem Thema direkt oder indirekt oder gar nicht betroffen sind. Du offenbarst heute Dinge und holst sie ans Licht. Und Jesus, ich bete, dass du uns heute als dieser Heiland, dieser Wunderwirker, dieser lebendige Gott begegnest. Und wir deine Zeichen und Wunder heute in unserer Mitte feiern können. Amen. Was sagt die Realität zum Thema psychische Krankheiten? Aktuelle Statistiken habe ich dir mitgebracht. 2019 hatten 280 Millionen Menschen, das ist eine rechte Menge, eine diagnostizierte Depression und 301 Millionen Menschen litten unter Angststörungen. Also das heißt, es ist ein weit verbreitetes Phänomen. Und dann heißt es, jeder Achte, Achte, jeder Achte, kannst du mal durch die Reihen gehen bei uns? Jeder Achte hier leidet heute weltweit unter einer psychischen Erkrankung. Jeder Achte hier, wahrscheinlich jetzt ist es bei uns nicht so 1, 2, 3, 4, 5 und 8 und dann bist du. Aber das sind krasse Zahlen, oder? Jeder Achte Mensch, dem du begegnest, könnte potenziell unter einer Angststörung oder einer Depression leiden. Nächste Statistik. Fast jeder dritte Mensch, und ich war einer von dreien, leidet im Laufe seines Lebens an einer behandlungsbedürftigen psychischen Erkrankung. Fast jeder dritte Mensch. Weltweit zählen Depressionen, Alkoholerkrankungen, bipolare Störungen, das ist das, was ich hatte, mannisch-depressiv und Schizophrenien zu den häufigsten Erkrankungen. Und noch die nächste Statistik. Die Häufigkeit von schweren Depressionen und Angststörungen hat im Verlauf der Corona-Pandemie um mehr als 25% zugenommen, wobei vor allem jüngere Menschen und Frauen vermehrt unter den Einschränkungen des öffentlichen Lebens leiden. Zu diesem Erkenntnis kommt ein internationales Forscherteam. Psychische Krankheit ist eine krasse Realität in unserer Gesellschaft, oder? Das ist verrückt. Und weißt du, was krass ist? Das war nicht erst jetzt nach Corona so, sondern das war schon vor Tausenden von Jahren so. Psychische Krankheiten, psychische Phänomene gab es schon seit Menschengedenken. Und wenn du in die Bibel hineinschaust, dann findest du dort eine Geschichte von einem Mann, er heißt Elia. Es ist ein Prophet in Israel, zu einer Zeit, wo Ahab ein sehr, sehr von Gott abgewandter König regiert hat. Und Elia lernst du kennen unter anderem in einer Situation, wo er auf einem Berg ist. Dieser Berg sieht so aus. Es ist der Berg Kamel. Ich bräuchte den Berg. Der andere. Der grüne Berg. Genau der. Wunderschön. Auf diesem Berg Kamel macht Elia richtig Rambazamba, weil er 400 Baals Priester, das waren die Priester, die damals unter diesem König geistlich quasi regiert haben in diesem Land, von diesem Götzen Baal, einem Fruchtbarkeitsgott. Hat er auf diesem wunderbaren, fruchtbaren, Weingartenartigen Land, hat er sie vorgeführt und hat ihnen gezeigt, dass der Gott Israel ist, der einzig wahre Gott ist. Und dass er von allen Göttern überlegen ist. Und dann hat er alle Baals Priester, recht krass, hat er einfach mal niedergestreckt. Also richtig niedergestreckt, okay? Und dann lesen wir über Elia folgendes. Pass auf. Ahab berichtete Isabel, das ist seine Frau, die Königin, alles was Elia getan hatte, vor allem wie er die Propheten Baals mit dem Schwert getötet hatte. Isabel ist nicht dumm, auch nicht passiv. Sie macht folgendes. Isabel schickte einen Boten zu Elia, der ihm ausrichten sollte. Die Götter sollen mich schwer bestrafen, wenn ich dir nicht heimzahle, was du diesen Propheten angetan hast. Morgen um diese Zeit bist auch du ein toter Mann. Das schwöre ich. Elia schickt mal, würde ich sagen, äh, Isabel schickt mal, würde ich sagen, eine gesalzene Drohung. Und Folgendes löst das beim Elia aus. Da packte Elia die Angst. Er rannte um sein Leben. Er floh bis nach Beersheba, ganz im Süden Judas. Dort ließ er seinen Diener, der ihn bis dahin begleitet hatte, zurück. Allein wanderte er, einen Tag lang weiter bis tief in die Wüste. Zuletzt ließ er sich unter einem Ginsterstrauch fallen und wünschte, tot zu sein. Herr, ich kann nicht mehr, stöhnte er. Lass mich sterben. Irgendwann wird es mich sowieso treffen wie meine Vorfahren. Warum nicht jetzt? Er streckte sich unter dem Ginsterstrauch aus und schlief ein. Und ich weiß nicht, ob du verstehst, was hier los ist. Elia bekommt es mit der Angst zu tun. Er geht komplett in die Isolation. Er bekommt Selbstmordgedanken. Er schläft ein, weil er keinerlei Kraft mehr hat. Und verfällt in eine tiefe, 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 schwere Depression. Er entwickelt eine psychische Krankheit. Und Elia, also, lass uns mal kurz nochmal schauen, wer ist das eigentlich? Weil das, das macht überhaupt keinen Sinn. Menschlich kannst du das überhaupt nicht erklären. Elia ist derjenige, der gerade eben noch 400 Baalspriester getötet hat, sie zur Schau geführt hat. Wirklich, wirklich spektakulär, lese es dir durch. Und er sich allen gezeigt hat, wer dieser Gott Israels ist, dem er dient. Vorher hat er sich dem König Ahab entgegengestellt und hat gesagt, übrigens, by the way, die nächsten Jahre haben wir eine Dürre im Land. Das war nicht nur ein Affront gegen den König, weil es seine Herrschaft bedroht hat, weil das Volk unter Dürre vielleicht auch aufständig hätte werden können. Sondern es war ein Affront gegen den Götzen Baal, weil Baal war der Fruchtbarkeitsgott. Baal war für Regen verantwortlich. Baal war dafür verantwortlich, dass das Land, dass das Land aufblüht, dass man genügend zu essen hat. Und Elia kündigt eine Dürre an und rate mal, was passiert. Es herrscht Dürre. Und dann liest du, wenn du weiterliest, die Geschichte, dass Elia einfach mal so ein totes Kind zum Leben wieder auferweckt. Dieser Mann war kein Psycho. Dieser Mann war nicht ängstlich. Dieser Mann war mutig. Er hatte Glauben. Er war voll auf Gott fokussiert. Dieser Mann hatte das Mindset, alles ist möglich mit meinem Gott und ich fordere alles heraus, weil ich weiß, wer mein Gott ist. Das war Elia. Und dann lesen wir sowas über den. Also ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, aber ich kann mir das nicht anders erklären, als dass es hinter seiner Depression, hinter seinem psychischen Film eine geistliche Realität geben muss, die wirksam war. Und wenn du dir die Isabel genauer anschaust, diese Königin, das ist eine spannende Person. Die Isabel wird zweimal erwähnt in der Bibel. Einmal in diesem Kontext von Elia als Königin, die Baal, den Götzen, nach Israel gebracht hat und dafür gesorgt hat, dass das ganze Volk sich von Gott abgewandt hat. Und als Baals Anbeterin war diese Frau nicht neutral. Als Baals Anbeterin war die sich sehr, sehr vertraut mit okkulten Dingen, weil das war ihr Dings, was sie gemacht hat. Das heißt auch, dass ihre Worte nicht einfach nur neutrale menschliche Drohungen waren. Und im zweiten Teil der Bibel findest du sie, als einen, wird sie erwähnt, als wird erzählt in der Offenbarung von einer Frau namens, von einer Frau, von einer Prophetin, die die Kirche mit dem Geist der Isabel dazu bringt, dass sie sich von Gott abwenden. Das heißt, Isabel und die Macht, die hinter der Isabel wirkt, ist eine geistliche Realität. Und ich glaube, als Isabel Elia diese Drohung geschickt hat, weißt du, was sie gemacht hat? Sie hat einen Fluch ausgesprochen. Sie hat etwas ausgesprochen, Worte ausgesprochen, die nicht einfach nur menschliche Worte waren, sondern die mit einer Wucht, mit einer Kraft, mit einer zerstörerischen Macht an diese Lebenstür von Elia geklopft haben. Und diese Tür ging auf und plötzlich kam Angst, Isolation, Depression, all das kam plötzlich in Elias Leben. Die geistliche Realität, liebe Freunde, ist unsichtbar. Aber die geistliche Realität ist eine Realität. Und nur, weil wir im Westen uns das einfach nicht vor Augen führen und irgendwie verlernt haben, in dieser Dimension unterwegs zu sein, heißt es nicht, dass du nicht die Konsequenzen, dass du nicht die Auswirkungen auf Geist, Seele und Körper spüren wirst. Die unsichtbaren Dinge, die in deinem Leben, die deine Lebensstür öffnen, vielleicht auch für Krankheiten, vielleicht auch für psychische Krankheiten oder aber auch nur für irgendwelche emotionalen Verstimmungen. Diese Realität, Freunde, mit dieser Realität ist nicht zu spaßen. Diese Realität hat dafür gesorgt, dass ich mit Anfang 20 für acht Wochen in der Psychiatrie war. Weil ich, musst du wissen, habe als junge Frau sehr viel mich mit Esoterik befasst, sehr viel mich mit Okkultismus befasst und nicht nur darüber gelesen. Ich habe das praktiziert. Und ich habe mir, wie Goethe es sagen würde, die Geister, die ich rief, eingeladen in mein Leben und ich habe sie nicht mehr losbekommen. Und ich habe sie nicht kontrollieren können. Und deswegen, lass uns mal schauen, was können denn so geistliche Türöffner sein, die vielleicht auch in deinem Leben an deiner Herzenstür oder an deiner Lebenstür kleben. Ein Türöffner kann sein geistliches Erbe. Ich habe es dir gerade gesagt, die Diagnose war, meine Mama hat, die Diagnose war, ich werde diese Krankheit haben, genau wie meine Mama. Und ja, meine Mama ist mit meiner Geburt manisch depressiv geworden. War es vorher schon mal, war dann, hatte eine gesunde Phase, dann hat sie mich bekommen und dann ging das los und seither hat sie diese Krankheit. Meine Mama nimmt auch bis heute Medikamente, ist super eingestellt, es hilft ihr zu leben, es ist gut, sie kommt gut damit, klar. Aber in meinem Fall war das wirklich so. Es gab ein geistliches Erbe von psychischer Krankheit in meinem Leben. Durch meine Mama, mein Opa, ihr Papa hatte Depressionen, seine Schwester ist, seit ich denken kann, die Tante, die in der Psychiatrie ist, die lebt in der Psychiatrie. Das heißt, das war ein Teil meines geistlichen Erbes. Ein Teil, der dazu beigetragen hat, dass diese Tür von psychischer Krankheit in meinem Leben aufging. Ich habe es dir gerade schon gesagt, in meinem Fall war ein Punkt, der Dinge eingeladen hat, dass ich im Okkulten und im Esoterischen unterwegs war und ich will an dieser Stelle eine Sache ganz klar sagen. Wenn du an Silvester denkst, du tust mal ein bisschen Blei gießen, weil das macht man halt so, gell? Oder wenn du dir denkst, ich lese halt mal meine Horoskope, ist ja kein Problem, ist ja nur ein Horoskop, will ich dir eins sagen, du unterschätzt die geistliche Realität. Du unterschätzt die Macht dahinter. Du spielst mit dem Feuer und du lädst Dinge ein, hier auf deine Lebenstür, die Türen öffnen können für Zerstörung. Deswegen überleg, was du machst. In meinem Leben waren Drogen und Sucht ein großes Thema. Ich habe, seit ich 16 Jahre alt war, gekifft, sieben Jahre, vier davon jeden Tag, von früh bis spät. Und auch da will ich dir sagen, wenn du darüber nachdenkst, auch jetzt gerade mit der ganzen Legalisierungsdebatte, oder ist ja schon durch, mit dem ganzen Legalisierungsding, dass ja Joints rauchen gar nicht so wild ist, will ich dir eins sagen, es gibt eine geistliche Realität hinterm Kiffen. Und wenn du dich auf diese Drogen einlässt, und ja, ich habe auch immer gesagt, es ist ja nur das Kiffen, es ist ja eine natürliche, also eine legale Geschichte, es ist ja legal, war es damals nicht, aber es war auf jeden Fall natürlich. Und trotzdem, ich sagte, ich habe, bis ich, also bis vor ein paar Jahren noch, hatte ich unter geistlichen Konsequenzen zu leiden, die ich aufgrund dieser Geschichten in mein Leben gelassen habe. Und ja, ich weiß Gott sei Dank, wie ich damit umgehe. Und deswegen konnte ich Schritt für Schritt für Schritt mit diesen Konsequenzen aufräumen. Die Frage ist, was ist hier eigentlich die gute Nachricht, gell? Das ist doch die Frage, die sich stellt. Wie kann ich jetzt heute hier stehen und ich habe gar nichts mehr von all dem? Und ich will es dir erzählen anhand einer Geschichte, die der Jens und ich vor ein paar Jahren erlebt haben, zum Thema Blutschuld. Blutschuld bedeutet, du machst etwas oder deine Vorfahren machen etwas in ihrem Leben und es klebt plötzlich Blut an deinen Händen. Das kann zum Beispiel Abtreibung sein. Der Jens und ich haben vor Jahren eine Frau kennengelernt, einfach random, auf der Conference in Zürich. Und sie hat sich an uns gewandt für Gebet. Und sie hat uns erzählt, dass sie seit Jahren unter Depressionen leitet, unter schweren Depressionen. Und mehr aber nicht, mehr wussten wir nicht. Also sind wir ins Gebet gegangen. Und der Heilige Geist hat uns irgendwie aufmerksam gemacht auf das Thema Blutschuld. Und wir hatten immer den Gedanken, irgendwie klebt Blut an ihren Händen, aber wir konnten es nicht greifen. Also haben wir sie gefragt, kann es sein, dass du in deinem Leben abgetrieben hast? Und wir sagen das, stellen ihr das so zur Verfügung, weil es kann ja auch nichts sein, wir können uns auch irren. Und sie fängt an zu weinen und sie sagt, ja, sie hat als junge Frau einmal abgetrieben. Und sie hat bis heute mit schlechtem Gewissen zu kämpfen. Sie hat das bis heute nicht überwunden. Sie vermisst ihr Kind bis heute. Und ja, es ist bis heute ein großer Schmerz in ihrem Herzen. Und dann haben da Jens und ich mit ihr gebetet. Und weißt du, was sie gemacht hat? Sie hat Jesus eingeladen in ihren Schmerz. Sie hat Jesus eingeladen in ihre Scham, weil sie hat sich sehr geschämt. Sie hat Jesus eingeladen in ihre Schuld. Und Jesus hat in einem Moment alles, alles geheilt. Seither schreibt diese Frau, sie ist inzwischen Großmutter geworden. Seither schreibt diese Frau uns mindestens einmal im Jahr an Weihnachten und bedankt sich und sagt, sie hat keinerlei Depressionen mehr. Sie ist so dankbar, was Gott getan hat in ihrem Leben. Sie kann ihre Enkel genießen, ihre Schuldgefühle sind weg. Sie ist einfach frei geworden. Und die Frage ist doch, wie ist das möglich, oder? Und die Bibel gibt darauf eine interessante Antwort, findest du im Kolosserbrief. Im Kolosserbrief heißt es folgendermaßen, den Schuldschein. Und ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber wir haben diese geistlichen Ursachen als Schuldscheine ausgedruckt. Den Schuldschein, der auf unseren Namen, auf jedem dieser Schuldscheine stand, mein Name, Christina Koslowski, ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt, also er ist Gott und damit für immer beseitigt, also aus unserer Mitte fortgeschafft. Das ist das Angebot, das Jesus dir und mir macht. Und zwar zu jedem Thema, das du haben kannst, egal ob psychische Krankheit ein Thema ist oder nicht. Und wir lesen weiter, Vers 15. Und die gottfeindlichen Mächte, die Themen hinter den Schuldscheinen, die Kraft, die wirken kann durch diese Schuldscheine und die Tür überhaupt erst öffnet in deinem Leben, die hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Jesus macht dir und mir jeden Tag neu das Angebot, dass er alle Mächte, die in deinem Leben wirken, dass er die entmachtet und dass er sie am Kreuz schon längst besiegt hat. Du darfst es einfach für dich annehmen. Und wenn du nicht weißt, wie das geht, wenn du nicht weißt, wie du mit der geistlichen Dimension zurechtkommen sollst, wenn du nicht weißt, wie du ein Leben geistlich leben kannst, aus dem Geist heraus, nach geistlichen Prinzipien, dann bitte, 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 du hast keine Ausrede, außer du bist aktuell gehörlos. Wenn du nicht zu dieser Gruppe von Menschen gehörst, mach, explore, get free und impact. Bei Get Free erlebst du das, genau das erlebst du bei Get Free. Bei Impact lernst du, was heißt es, aus dem Geist heraus zu leben. Was heißt es, aus dem Wort Gottes heraus zu leben. Was heißt es, in dieser Berufung, in dieser Identität, in dieser Autorität unterwegs zu sein, die Gott über dir, über dein Leben ausgesprochen hat. Mach das, melde dich an, sei dabei, lass dieses Jahr nicht vorbei sein. Und es ist kein Werbespot für das, für unsere Jüngerschaftsschritte, sondern mir ist wichtig, dass du das ernst nimmst. Und dass du dich nach Freiheit ausstreckst. Weil was Jesus dir anbietet, das ist phänomenal. Was Jesus in meinem Leben gemacht hat, Freunde, es ist phänomenal. Ich sage dir, gerade eben noch, sage ich dir, dass eine meiner größten Stärken Selbstbewusstsein ist. Ich sage dir mal eins, in der Zeit, als ich in der Psychiatrie war, da war ich am Boden. Da hatte ich überhaupt kein Selbstbewusstsein mehr. Da hatte ich auch keine Identität mehr. Da hatte ich gar nichts mehr, außer Angst, Selbstzweifel, weil alles war plötzlich zerbrochen, was ich über mich geglaubt habe. Da gab es gar nichts mehr, was sicher war. Und was Jesus gemacht hat, ist, und das hat er gemacht, indem ich mit einer Frau gemeinsam das gemacht habe, was wir heute Get Free nennen. Ich saß mit ihr in der Küche und habe mit ihr gemeinsam gebetet. Ich habe ihr einfach nur bekannt, was mir der Heilige Geist aufgedeckt hat. Und wir haben das geistliche Erbe durchtrennt. Zu meiner Mama. Im Gebet. Ganz einfach. Ich habe Gott um Vergebung gebeten. Es tut mir leid, Gott. Ich habe in Okkultismus, in Esoterik mich verstrickt. Ich habe da Dinge eingeladen, Dinge zugelassen. Die sind ja ein Gräuel. Vor denen hast du mich gewarnt und ich habe es nicht ernst genommen. Es tut mir leid, Gott, wo ich Türen geöffnet habe, weil ich gekifft habe, weil das Kiffen mein Fundament war und nicht du mein Fundament warst. Es tut mir leid, wo ich, ich oder meine Vorfahren durch Krieg, durch Abtreibung, durch was auch immer, vielleicht sogar Menschenopfer, Blut an ihren Händen hatten und ich bis heute unter den Konsequenzen leide, weil solche Dinge vererben sich geistlich. Und wenn du das machst, wenn du mit einem Menschen diese Dinge ans Licht bringst, die der Heilige Geist dir zeigt, und das ist wichtig, du musst nicht auf Spurensuche gehen. Du darfst den Heiligen Geist bitten. Du darfst ihn um Hilfe bitten. Du darfst ihn fragen. Bring die Dinge ans Licht. Spül sie hoch. Hier ist mein Herz. Zeig mir, was ist auf der Tür meines Herzens, auf der Tür meines Lebens. Was für Zerstörung Raum macht. Wenn du das machst und es erkennst und es mit einem Menschen bekennst, dann stellt sich Jesus mit seinem Kreuz vor deine Herzenstür, vor deine Lebenstür. Und dann hat all das, was reingekommen ist in deinem Leben, dann kannst du es rausschicken und es kommt an Jesus, deinem Bodyguard, nicht wieder durch. Das heißt nicht, ich habe heute auch Tage, wo ich antriebslos bin, keine Angst. Ich habe heute auch Tage, wo es mir mal nicht gut geht. Aber ich weiß, wenn sich solche Dinge einschleichen, die für mich nicht normal sind, dann weiß ich, Jesus, wo stehst du gerade vor meiner Lebenstür? Wo willst du heute rein mit mir? Wo willst du reinschauen? Geistlich reinschauen? Was hat sich eingeschlichen? Was steckt dahinter? Und wie kam es rein? Zeig es mir. Lass uns gleich wieder aufräumen. Weil ich will, dass du das Zentrum in meinem Leben bist und dass du der Wächter bist über mein Herz. Die Frage ist, wie ging es jetzt weiter mit Elia? Vielleicht noch kurz, weil vielleicht hast du es dir schon gedacht, aber Elia lebte ja vor Jesus. Das heißt, Jesus und das Kreuz gab es bei Elia noch nicht. Und trotzdem gab es Gott und es gab die geistliche Realität. Und die hat Elia erlebt. Er hat die geistliche Realität erlebt. Er hat aber auch Gott erlebt. Und du erinnerst dich, er liegt unter dem Strauch, er schläft. Und dann heißt es, plötzlich wurde er von einer Berührung geweckt. Ein Engel stand bei ihm, geistliche Realität. Ein Engel stand bei ihm und forderte ihn auf. Elia, steh auf. Iss. Als Elia um sich blickte, entdeckte er neben seinem Kopf ein Fladenbrot, das auf heißen Steinen gebacken war und einen Krug Wasser. Was hat er gemacht? Er aß und trank und legte sich wieder hinschlafen. Weil er war einfach am Sack, der Typ. Wirklich, kann man nicht anders sagen. Lesen wir direkt weiter. Doch der Engel des Herrn kam wieder. Gott ist hartnäckig, der gibt nicht auf, auch wenn du vielleicht aufgeben möchtest, und weckte ihn zum zweiten Mal auf und sagt wieder, steh auf. Iss, befahl er ihm noch einmal. Sonst schaffst du den langen Weg nicht, der vor dir liegt. Okay, Elia denkt sich, mach ich. Gesagt, getan. Er stand auf, er aß, er trank. Die Speise gab ihm so viel Kraft, dass er 40 Tage und Nächte hindurch wandern konnte, bis er zum Berg Gottes, dem Horeb, kam. Wir haben noch ein Bild vom Berg Horeb. Das war der, den du vorher eingeblendet hast, Simon. Vielen Dank. Das ist ein bisschen viel verlangt mit meinen Unterstreichungen da. Das ist der Horeb. Das ist ein anderer Berg als der Berg, den wir vorher gesehen haben, oder? Du kannst dich erinnern, der Kamel, der Weinberg Gottes. Das heißt übersetzt, Weinberg Gottes, Kamel, war grün, üppig, lala. Und jetzt ist er am Horeb. Horeb heißt übersetzt Wüste, Ödland. Und dahin zieht sich Elia zurück in eine Höhle, nachdem er gegessen und getrunken hat. Es ist der Berg, an dem auch Mose, Gott, begegnet ist. Und ich glaube, wir können an dieser Stelle vier verschiedene Dinge lernen. Zum einen sagt ihm der Engel, steh auf. Wenn du oder jemand in deinem Umfeld mit Phänomenen psychischer Art zu tun hat oder unter irgendwelchen Dingen leidest, wo du merkst, da ist wie so eine Schwere, da ist wie sowas dahinter, da ist so eine Unfreiheit da. Da komme ich irgendwie selber nicht raus. Weißt du, was du dir nicht leisten darfst? Du darfst nicht passiv werden. Steh auf. Steh geistlich auf. Wenn du nicht weißt, wie es geht, hol dir jemanden an deine Seite, der weiß, wie es geht. Wir haben hier in dieser Kirche viele Menschen, die wissen, wie es geht. Steh geistlich auf. Stell dich deinen geistlichen Gegnern. Schau nicht länger weg. Sei nicht länger passiv. Und dann sagt er ihm, iss. Iss von dem Brot, das da liegt. Weißt du, Jesus sagt von sich, ich bin das Brot des Lebens. Iss von dem Wort Gottes. Nähre dich. Lass Dinge in dein Herz hinein, die dich füllen, die dich satt machen, die dich mit Wahrheit erfüllen. Nimm das ernst. Und wenn du auch da nicht weißt, wie es geht, wir haben einen Bibletrack, kannst du in einem Jahr durch die Bibel durch. Du kannst Impact machen, da lernst du das Wort Gottes, wie es lebendig in deinem Leben anwendbar wird. Aber mach das. Iss von dem Wort Gottes über dich. Und er sagt zu ihm, trink. Ich muss gleich selber mal trinken, weil ich habe so Durst. Er sagt zu ihm, trink. Trinken für mich heißt, ich trinke im Heiligen Geist. Ich lasse mich erfüllen von diesem lebendig machenden Wasser. Von dieser Kraft Gottes. Von dem, der sagt, ich bin die Quelle des Lebens. Und Jesus sagt in diesem Wort, ich bin das Brot des Lebens. Sagt er, wer zu mir kommt, der hat nie wieder Hunger. Und wer von mir trinkt, den wird nie wieder dürsten. Deswegen trink von Gott. Such ihn im Gebet. Und zuletzt, ich weiß, dass diese Zeiten am Horeb, in dieser Höhle, dass es nicht nur Höhlenzeiten sind, sondern dass es Höhlenzeiten sind. Weil ich war in dieser depressiven Zeit, ich war wirklich in der Hölle. Wirklich. Es war einfach die Hölle. Und ich wünsche niemandem, 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 dass er durch diese Hölle gehen muss. Es war wirklich die Hölle. Und ich hatte Jesus damals nicht. Ich wusste nicht, wie ich essen kann von ihm. Ich wusste nicht, wie ich trinken kann von ihm. Ich wusste nicht, wie ich geistlich aufstehen kann. Ich war einfach ausgeliefert. Und ja, ich hatte Ärzte. Das war gut. Ich konnte Medikamente nehmen. Das hat mir total geholfen. Es war wie eine Krücke, die ich gebraucht habe in der Zeit. Und ich hätte sie auch mein Leben lang genommen, wenn es mir geholfen hätte. Wirklich. In meinem Leben hat Gott, Gott sei Dank, eine andere Nachricht, eine andere Botschaft geschrieben. Eine andere Geschichte geschrieben. Weil als ich in dieser Höhle war im Horeb, ein paar Jahre später, ist Jesus mir im Traum erschienen. Und ich wusste, boah, dieser Mann, das ist, der hat was. Ich weiß nicht, wer es ist. Ich glaube, es ist Jesus. Aber der hat was, was ich brauche. Was meine Seele braucht. Und so hat es angefangen, dass ich ihn kennengelernt habe, dass ich mich nach ihm ausgestreckt habe, dass ich Menschen an meiner Seite hatte, Gott sei Dank, die mir zeigen konnten, wer dieser Jesus ist und wie ich mit ihm leben kann. Und weißt du, was das Schöne ist, was ich erleben durfte und was auch Elia erlebt hat? In dieser Höhle am Horeb hat er irgendwann den Impuls von Gott, dass er rauskommen soll. Und dann kommt Gott ihm ganz nahe und er erlebt ihn in einem leisen Säuseln. Ein leises Säuseln ist ein Flüstern. Und wenn du flüsterst, dann bist du der Person, zu der du redest, ganz, ganz nahe. Weil nur so hört sie dein Flüstern. Und das ist wirklich mein Erleben und auch Elias' Erleben. In diesen schlimmen Wüstenzeiten, auch von psychischer Krankheit, ist Gott dir ganz nah, wenn du ihn nahe sein lässt. Er will dir ganz nah sein. Er will dich rausrufen aus deiner Höhle, damit du ihm begegnen kannst. Ich weiß nicht, was diese Predigt heute für dich bedeutet. Ich weiß, Jesus hat mein Leben verändert. Und deswegen wünsche ich mir nichts sehnlicher, als dass jeder Mensch, der meine Stimme hört, egal ob hier vor Ort oder online, diesen Jesus so nah erleben darf, so allmächtig erleben darf, wie ich ihn erlebt habe. Und ich will jetzt dir einen Moment der Stille geben, dass du den Heiligen Geist einfach fragst, dass du Jesus fragst, den Vater fragst, wer dir am Nächsten ist. Was willst du mir heute zeigen? Was ist, was in meinem Herzen, was auf meiner Herzenstür geschrieben ist? Wo willst du heute an mein Herz ran? Und dann bete ich für uns und sage uns, wie wir weitermachen. Wo willst du dich? Was ist, wie wir heute an mein Herz ran? Wie einige hier unter uns wie so verfolgt werden von so wie so scharfen Hunden oder Wölfen, die sich auf den Weg machen, um dich zu zerfleischen. Aber du pfeifst sie zurück. Jetzt in diesem Moment. Und dieser Ton, er schmerzt ihnen so sehr in den Ohren, dass sie ganz winselnd sich zurückziehen, ihren Schwanz einziehen und die Treibjagd aufhört. Und jetzt spreche ich über dir aus. Die Treibjagd hat ein Ende. Was auch immer dich verfolgt, sei es von deinen Vorfahren, sei es aus deinem eigenen Leben, was auch immer der Schuldschein ist, der auf deinen Namen ausgeschrieben ist, was auch immer wie so Blut ist, dass diese Verfolger gerochen haben, weswegen sie hinter dir her sind. Das Blut Jesu. Das Blut Jesu hat dich reingewaschen. Du bist erkauft. Und wenn du Jesus nicht kennst, darfst du ihm bitten, wenn du das möchtest, dass er dir so nahe kommt, wie er mir nahe gekommen ist. Dass er in dein Leben hineinkommt. Dass er dich aus der Höhle befreit, aber nicht nur aus der Höhle, sondern vor allen Dingen aus einer Sache, aus der Hölle eines Lebens ohne Gott. Und wir rufen dich zurück. Wir laden dich ein, dass du zurückkommst aus dem Reich der Finsternis. Und dass du hineintrittst jetzt ins Reich des Lichts, weil hier gehörst du hin. Und der Vater, der himmlische Vater, er heißt dich willkommen mit offenen Armen. Du kannst gerne einfach für dich jetzt noch im Gebet bleiben. Wir gehen jetzt rein in den Worship. Du hast verschiedene Möglichkeiten. Lass Gott einfach in deinem Herzen arbeiten. Oder steh auf, hier rechts neben der Treppe oder hier neben dem Kreuz. Haben wir Abendmahl für dich aufgebaut. Du darfst dir einfach selbst für dich in deinem Tempo Abendmahl nehmen. In diesem Bewusstsein, du isst den Leib Christi. Er hat sein Leben für dich gegeben, damit du Leben hast. Und du trinkst das Blut Christi. Sein Blut ist geflossen, damit alles, was an deiner Lebenstür klebt, einfach weggespült wird. Und du kannst auch, wenn du merkst, du brauchst Hilfe, zu unserem Gebetsteam gehen. Sie warten auch hier rechts neben der Treppe auf dich. Deswegen lasst uns jetzt gemeinsam im Worship aufstehen. Lasst uns aktiv werden, weil der Engel sagt, steh auf, erinnere dich. Und lasst uns Gott anbeten, lasst uns seine Wunder heute in unserer Mitte erwarten. Ich freue mich sehr, dass du bei diesem Podcast heute dabei warst. Und ich bin sehr dankbar, dass wir auf allen Plattformen diesen Podcast kostenlos zur Verfügung stellen können, weil so viele Leute großzügig das unterstützen. Wir sind gerade in ein paar Wochen im Jahr, die sind ganz besonders. Wir sind in unserer Kampagne der Streets Beyond. Das geht um eine Sonderkollektor, die wir einsammeln, um noch mehr Menschen mit der guten Nachricht zu erreichen. Das heißt, du kannst auch an unserer Online-Community entscheiden, ob du dabei sein willst. Wir wollen noch mehr Content ermöglichen. Wir wollen ermöglichen, dass mehr Menschen mit der guten Nachricht erreicht werden. Wir wollen sozialen Nöten begegnen. Wir wollen lokalen Nöten und globalen Nöten begegnen. Und ganz viele Projekte gibt es, die du in der Description nachlesen kannst. Geh unbedingt auf diesen Link, weil gemeinsam können wir viel erreichen. Deswegen vielen Dank, dass du einfach ins innerliche Gespräch mit Gott gehst, dir überlegst, ob es dran ist, auch in diese Reach-Kampagne, deine Gebete und deine Finanzen zu investieren, dass mehr Menschen denn je mit dieser Nachricht erreicht werden. Deswegen lass uns dieser Dankbarkeit zusammenkommen. Du und ich sind, denke ich, dankbar dafür, dass schon so viel passiert ist in den letzten Jahren. Gemeinsam können wir noch mehr Menschen erreichen. Das war's für heute.